Chat, wir sind, by the way, Solo Cash Cup Viewing Party. Ich mach jetzt kein Intro extra. Solo Cash Cup Viewing Party, Finals. Dieser Marius hat versprochen, er will den Rekord brechen. Rekord liegt bei 39 Kills, den hat er selber aufgestellt und P-Tabot auch in Amerika. Mal gucken, was er daraus macht. Aber die Gegner wollen auf gar keinen Fall gedubliciert werden. Der Chat war gerade perfekt für Test-Mods, wir haben zu dritt gepre-aimt. Oh, DMA-Aim. Na, da freut er sich. Da freut er sich. Chat geht für WQ, mal gucken. Acht Kills hat er schon, aber 42 würden sie nicht. Das ist halt das Problem, wenn du nicht direkt von vornherein viele Kills machst, dann ist es vorbei. Leer und Dank für den fünften. Reason letzte Runde. Alter. Katastrophe, Katastrophe. Ich weiß nicht, was seine Mission ist. Purs to bat, du bist die Pixie. Guck mal, was kommt los. Guck mal. Ich glaube, es ist ein Kiefer. Schau mal ganz kurz. Es ist ein Kiefer deutsch. Digga, irgendjemand W gibt, glaube ich, bei Chap auch übel doll in der Runde, Chat. Das ist auf jeden Fall der Besser in meiner Lobby. Yvosa Shadok's Bear ist tot. Sehr, sehr smart gerade. Das sind so manchmal die Kleinigkeiten, die man beachten muss, Chat. Er ist nicht einfach runtergesprungen, obwohl er den Key hat. Weil er wusste, er kassiert dann Falschaden. Funny moment in Opens. Mr. Savage hat Blut-X gekillt. Als ob jetzt. Als ob er einfach holt. Er spielt ein bisschen mit seinen Klötzen dort im Late-Game. Und dann macht er einfach das Stream-Off. GG. Ich geh mich töten. Wow, I'm killing myself in Fortnite. Wow. That's how I lose? Wow. Nein. Warte mal, ist das Techie-Controllerspieler auf Low-Ground? Der Ex-Wave-Techie? Halt's Maul. Pluto, danke für die 45, Bro. Holy shit. Ja. Okay, das ist crazy. Yannis ist auch noch VIP ohne Sub, ist crazy. Dass man das überhaupt erinnern muss, ist krass. Oh, Vardial, nice Lobby kassiert. Vardial hat eine crazy Lobby-Chat. Ah, Yannis. Genauso will ich das sehen, Digga. Mit dem Prime-Maroni. Geiler Typ. Was ist das für ein Late-Game? Oh ja, das ist ein GG. Das ist ein GG. Lecker, die Banane? Der Ping ist geil bei ihm, Chat. Mmh, top vier. Ach, Bruder. Das Game war so unstacked, Bruder. Das war der freeze der Win. Und auf diese einen Rotation musst du vier Millionen... Okay. Mariskao. Mariskao, acht Kills, Digga. Ich muss da drinnen bleiben. Ich muss da drinnen bleiben, Chat. Real talk. Er schafft es nicht in die Zone. Er schafft es nicht in die Zone, Chat. Oh, wobei, doch. Zwei AP. Valle, danke für den zwanzigsten. Ich werde nur sicher, dass er nicht gewinnen wird. Ich werde ihn in der ganzen Spiel holen. Oh, er macht sicher, dass du nicht gewinnen. Er muss ihn hitten. Sonst wird er weiter W-Kin. Okay, nice. Wow. Okay, he's the goat. Okay, he's the goat. GG. Nein. Das ist doch nicht... Er hat... Er hat das Item bekommen, Chat. Er hat das beste Item bekommen, was man haben kann. Hör auf, mit der Sniper zu spielen. Lass die Sniper liegen. Es ist Top 26. Ich spiele gerade nur noch Rank 2v2 mit meinem Duo. Oh, schöner Köln. Digga, das freut mich sehr. Man braucht aber sehr lange zum Hochranken. Ja, aber das haben wir extra gemacht, damit Leute, die grinden und gut spielen, halt belohnt werden und Leute, die nicht grinden und schlecht spielen, halt nicht. Digga, Reason hat alles, Chat, eigentlich. Eigentlich hat Reason alles, sag ich so, wie es ist. Was bringen die Bananen? Heel? Green Heel. Du kriegst direkt als erstes, glaube ich, 20 oder 30 HP in Sinn und dann füllt sich die 100 auf. Die Map hat average 200 Spieler. Wenn mehr Leute die Map spielen, dann ist das ELO-System auch besser. Ja, stimmt. Je mehr Leute das spielen, desto besser ist das ELO-System, Chat. Ist ja obvious. Oh, nein. Den hätte er holen müssen, Reason. Warum, Bro? Weil er keine Metz hat. Er ist fully scuffed, der Gegner. Nice. Bitte pull zu ihm. Oh, er hat so Glück. Er kann komplett voll hielen. Come on, Reason. Hab so Bock wieder auf Trio FNCS. Ich hätte auch sehr Bock. Auf Trio FNCS hätte ich auch sehr Bock. Oh, den musst du holen, Reason. Nein, Reason. Oh, nicht popeln jetzt. Er will den Pick-Hexen. Banane! Der kann sein, Lenny holt. Auch ohne Storm Sickness. Gestern die Subs waren crazy. Ja, ja, ja. Gestern ist es komplett abgegangen. Wir sind schon wieder Road to 4000 Subs, Chat. Oh, Banane essen. Drei Mad Kids, Chat. Und vier Splashies. Kann reichen. Viele Mad Kids, Low Ground. Er hat nicht mal einen Tick bekommen. No way. Nicht popeln, Reason. Die haben viel mehr Mad Kids. Die haben viel mehr Mad Kids. Reason, letzte Runde, Chat. Und er wird zweiter. Katastrophe. Katastrophe. Alle wollen die Euros verdienen. Say my name. Say my name. Oh, was? Digga, dieser Boost. Egal, der winnt die fucking 100 Dollar. Die nehm ich mir mit. Die fucking 100 Dollar nehm ich mir mit. Digga, diese Farbblendheit. Er spielt einfach auf. Töte mich. Marius hat noch ein Game. Okay. Zeig mal her. Digga, Kylie ist eigentlich so ein guter Spieler, ne? Ich find's so schade, dass er Fortnite nie richtig durchgezogen hat. Oder dass er es immer nicht so ernst nimmt oder so. Chat, ich hab Kylie zu meinem aller, aller, allerersten Offline-Event hab ich ihn damals eingeladen. Ich erinnere mich noch. Wir waren nämlich danach noch sehr geil saufen. Beide tot. Er hat Mets. One v one. One v one, Chat. Vier Bananen, vier Flopper, drei Mad Kids. Ich sag, Mamser gewinnt das. Das war dumm. Viel zu früh die Banane gepoppt. Okay, never mind. Geht davon aus, dass es keine Tickets gibt. Ist ein GG. Könnte ich sogar Mams live drauf droppen. Nice. Ami, Kiri, Kiri, Kiri. Alexis hat mir vorhin geschrieben, bin dabei mit Mr. X, Y. Ja, ja, wahrscheinlich Digga. Vielleicht lass ich sie mit Mr. Y spielen. Heid. Nice. Er wird nicht droppen. Gegner wird nicht droppen. Ah, ist der dumm. Digga. Also ist der dümmste Gegner, den ich in meinem Leben gesehen habe. Der hat nicht mal Mets gehabt dafür. Wollt, 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 Wollt. Er droppen, Sprash, droppen, Sprash, oder? Chuck droppen, für den Mad Kids. Ja, gleich. Egal, geh einfach hin. Ja, okay. Ja, ist gut. Spray die alle unten. Die dürfen nicht hochkommen irgendwie. Hast du schon Storm getankt? Nein. Dann ist GG. Das ist GG. Dann hast du... Gehst du mit den Ultrasaufen? Ich hab noch nicht gewonnen. Weiß ihn noch nicht. Ich glaub nicht. Ich werde gewinnen. Vielleicht werde ich mit euch einen heben. Das wär geil. Aber saufen gehen? Schwierig. Ich hab Stopper, Bruder. Ich kann nicht verlieren. Der ist einfach auf Instagram weg. Okay, im Pop Mad Kids zuerst. Lass nicht Stopper aufpassen zuerst. Wegen Sickness. Pop Mad Kids zuerst. Ich war runtergefallen und dann Volldamage-Statt. Ich war geküttet. Das wär echt Story of the Day. Er muss nach Mad Kids zauen eigentlich. Du hast genug HP für 580 Schaden. Ja, und die am Anfang halt noch. Die 100 dazu, Bruder. Nein, ich hab's nicht gesehen. Ja, okay, Bruder. Dann hoffen wir mal, dass das reicht. Ja. Wenn das nicht reicht, Bruder, ich schwöre, ich geh quitten. Ja, das wird reichen. One v one. One v one, Chat. Wo kann ich hin für Weiz? Medallion, maybe. Heiß. Let's go, Chat. Spielt meine Ranked 2v2-Map, Chat. Der Code ist da. Und die neue Pro-Practice-Map. Mama, ich liebe deine Glatze. Oh mein Gott, mein Internet. Nein, Vodafone zieht mich schon wieder einen Stecker. Oh ja, Vodafone, der wird. Let him cook und von oben Bum tot. Oh, wer meint? Bin ich hin? Egal. Nein, ist nicht hin. Geht zurück. Lasst es zurückgehen. Komm in meine Re... Nein, was willst du denn jetzt? Oh, Popel. Ich bin ein toter Mann. Digga, so gut gespielt eigentlich mit der Code, ne? Ja, feiere ich. Okay, jetzt möchte ich ihn wieder dumpen. Ey, woher kommt denn wieder er? Wo er... Wer ist... Ich seh nicht mal seinen Namen. Komm... Komm bin strong. Komm bin strong, Chat. Digga, eigentlich, Chat, ich sag euch ehrlich, wenn du... Wenn du ein krasser Spieler bist, ein krasser Fighter bist, dann musst du eigentlich auf das Siphon-Medaillon droppen. Meiner Meinung nach. Muss auf Siphon-Medaillon spielen. Wenn man die ganze Zeit Siphon bekommt und noch Green Life hat, dann kann man nur gewinnen. Links, links, links connecten, links connecten. Nice. Digga, super gespielt. Super gespielt. Immer diese Gegner, die einfach auf Halt griefen, ne? Das ist so krass. Krank. Ja, und was macht der Gegner jetzt? Oh, Großmerd. Oh, Großmerd. Oh, Großmerd. Hat er die Mad-Cats bekommen? Top 3. C'est la chance. Das ist jetzt echt ein 50-50, ob er bekommt. Top 2 kriegt er auf jeden Fall. Ja. Top 2 kriegt er safe. Oh mein Gott, warte mal. Er gewinnt. GGs. Gigi. Frohe Euro. Gigi. Ewe. 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 Also, 100 Euro gab es pro Win. Vergesst nicht, den Creator-Code auch mal einzutragen. Und wir gehen rein. Wer hat heute alles geirnt? Alter, krass. Pablo Wingo. Mögen wir nicht. Taichi Fischi, der Duo-Mate von Kato, hat doppelt geirnt, Chat. Er hat zweimal geirnt. Das ist crazy. Das ist sehr, sehr crazy. Wir haben hier Dreads to Lights. So, wer hat noch alles geirnt? Ich gucke nur auf die deutschen, Chat. Nur auf die deutschen. Boom. Boom. Riesen. Pepe. Hyjo. Goaty. Hyris. Dulle. Psycho Crook. Matias Aschia. Cringe. Jew. Lese ich nicht vor. Kein Call.de. Len. Brr. Vortex. Karma. Release. Kylie. Maxi Pro. Den haben wir auch gestern schon zugeschaut. Der war ganz gut. Ist ein Newcomer wahrscheinlich. Haben wir mal ein bisschen auf dem Auge. Apollo. Utopia. Ruhig. Ruhig. FNBR. Lol. Der ist auch schon seit 70 Monaten Sub hier bei mir oder so. Tokyo Saint. Kit. Gold. Das ist ein Hacker. Das ist nicht Taichi Fischi. Oh. Oh, okay. Das ist schade. Phil Kau. Phil Kau. Kala mi amore. Dann haben wir hier Luca. Falco. Falco nicht gestreamt, glaube ich, ne? Mr. Savage reingekackt. Ja, der ist schon früh offline gegangen. Wen haben wir noch? Oscar Pro. Der hat mit Maxi Pro gespielt. Dann haben wir hier Psycho Woody. Alba Brawl. Merk. Iraner. Iraner. Mini HZ. Ace. Lucas. Simple UK. Skywalker. Geil, dein armer Skyf. Xway. Batsetter. Metro. Jamesy Ernst. Ashkow. Kuschelgrufti. Und Kuschelgrufti nochmal. Zweimal Kuschelgrufti. Demi Loves Me. Goat Canel. Sloppy. Und Varius Laura. Wenn das wirklich ein Mädel ist, dann ist es, glaube ich, das erste Mädel seit 17 Seasons, die geönt hat. Das wäre krass. Digger, geil. Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss. Schwarz-Weiß. Ich seh alles nur in Farben. Nie mehr Hard Times. Ja, ich lern aus meinem Versagen. Sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen. Nie mehr Hard Times. Hard Times. Americans. Ja, ich versuche es, glaube ich.